Bei der ersten Anhörung des Untersuchungsausschusses zum Sturm auf das US-Kapitol haben mehrere Polizisten die Gewalt geschildert, mit der sie am 6. Januar konfrontiert waren. Sie gehörten zu den Beamten, die vergeblich versuchten, den aufgestachelten Mob in Schach zu halten. Fünf Menschen, darunter ein Polizist, kamen bei dem Gewaltausbruch ums Leben. Ich habe versucht, die Leute von mir wegzuschieben, um Platz zu schaffen, während ich die ganze Zeit bemerkte, dass einige versuchten, meine Waffe zu ergreifen. Ich erinnere mich, dass sich einer von ihnen immer wieder auf mich stürzte und versuchte, nach meiner Waffe zu greifen. Die Beamten beschrieben das Entsetzen und die Angst, die sie empfanden, als die Randalierer das Gebäude stürmten, nachdem der damalige US-Präsident Donald Trump sie dazu angestiftet haben soll. Deshalb musste sich Trump einem Amtsenthebungsverfahren stellen. Die Polizisten schilderten Angriffe mit Elektroschockgeräten und anderen Waffen, aber auch rassistische und andere Beleidigungen. Ein Beamter erklärte, seit den Attacken leide er unter einem Trauma. Die Sprecherin des Weißen Hauses äußerte sich zu der Anhörung. Ich meine, die heutige Anhörung war für jeden, der sie gesehen hat, eine schmerzhafte Erinnerung an die beschämenden Ereignisse des 6. Januar. Und ich denke, diese Aussage wird den Menschen noch eine Weile in Erinnerung bleiben. Um die Einrichtung des Untersuchungsausschusses hatte es heftige Auseinandersetzungen zwischen der republikanischen und der demokratischen Partei gegeben. Die Republikaner wollten die Einsetzung des Gremiums verhindern.